einfach gas geben kommt das geben da muss ein bisschen mehr anlauf nehmen muss ein bisschen zurückfahren hallo freunde willkommen zurück zu einer neuen gta challenge das ist mal haben wir uns ja bisschen versteckt diesmal ist wieder eine nicht fluchen challenge dabei das ist eine kleine herausforderung für unsere neuankömmlinge würde ich mal sagen denn wir haben nicht die frau als ankömmling und die sagt bei wulf bei diesen rennen dabei und natürlich auch den erfahrung so aber wir haben natürlich auch noch den blog dabei als natürlich standard alle noch mal lieber also für mich sollte die web eigentlich relativ easy werden ich weiß zwar nicht wie das bei den anderen beiden aussieht aber wo nicht liefern uns ist hier schon ein kopf an kopf rennen ja ich darf ja von vorne anfangen ich gebe auch bis jetzt sogar ist ich habe hier drüben und hat das nicht nachdem geschoben bitte 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 ich will durchkommen ich will durchkommen ich bin hier auf dem fersen nein ich kann uff uff ei 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 ah zockt auf hinten uff bitte ey mo bleib stehen hallo nein doch bleib stehen ich bin direkt hinter dir bleib stehen nein 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 ich bin komplett runtergeflogen ey Leute ich habe eine karte noch gar nicht angemacht ich auch nicht aber das ist hi wo wow oh god wo ähm commander was zählt denn alles als fluchen jedes bekannte Schimpfwort würde ich mal sagen auch scheiße verdammt ja das zum beispiel auch also respawn ja was ja von jedem fluchwort einmal respawn ich kriege schreie schreie und dann nochmal respawn nein ja ich habe dich unwahrscheinlich gerne aber aber du bist ja ja das war noch gerettet ne das war noch knapp gerettet ne das war noch knapp gerettet ey ja ja wo ich würde sagen die map kommt ja ein ziemlich kurz hier vor Ja, so dass man was durch hat, ne? Hä? Oh, ich wollte schon sagen, Alter, hä? Hattest du auch gleich den gleichen Gedanken, wie geht's jetzt hier weiter? Ja. Da bin ich so viel, fahre ich einfach mal weiter. Oh, Alter, bitte überdrehen, ich überdrehe doch nicht, nein! Ihr merkt schon, Freunde, Frau Moe hat schon ein paar Problemchen. Aber nur ein paar. Du sagst nur bei ein Paar bleibt, wie bei ein Paar Schuhe? Äh, nur ein Paar Schuhe, mehr sag ich nicht. Oh, gut, dass ich nur eins habe. Zwei Arbeitsschuhe hast du auch. Arbeitsschuhe, dann hätte ich drei. Ich hab zwei Paar Arbeitsschuhe, ich hab mehr Arbeitsschuhe als normale Schuhe. Lieber Hund als Frau. Oh, Mann. Aber bis jetzt muss ich sagen, keine Ausforderung. Bitte, bitte, bitte. Ich muss sagen, ich muss nicht mehr blam, Arsch, ich fahr, ich geb' den Gas. Ja, das ist ja erstmal zum Aufwärmen, ne? Wir können ja gleich nochmal in der richtige Map spielen, wo wir dann verzweifeln. Ja, lass gleich versuchen. Nein, Kui. Lass mal die, die wir gespielt haben. Och, Mann. Meinst du, fünf oder was? Nein, die, die wir gespielt haben. Ach so, die, die wir gespielt haben. Ja, können wir gerne machen. Boah, die Kameraperspektive fuckt ja gerade übel ab, grad. Oh, bis jetzt muss ich sagen... Ich würde gerne so gerne anfangen zu fluchen. Nein. Denkst du, würde ich mir gefallen? Ja, aber doch gerne. Statt bei Wolf hat das Renners heißt es bändlich. Ey, wieso krieg ich diesen Ver... Fah, 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 fah. Die ist ganz schön, sprung da nicht hin. Och, ich guck mal zu. Nein. Einfach Gas geben, kommt, Gas geben. Ah, muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Muss ein bisschen zurückfahren. Ihr merkt schon, Freunde, das Aufwandlevel ist schon eine Spur zu hart. Also, da freut sich schon mal auf die zweite Map gleich. Also, bis gleich. So, Freunde. Runde Nr. 2, beziehungsweise Rennen Nr. 2. Ihr kennt die Map, ihr wisst, was los ist. Mo hat sie im Spiel gespielt. Der lieber Harry Gamer hat sie schon gespielt. Beide haben erfolgreich bestanden. Und jetzt geht es hier weiter. Ich würde sagen, dass wird unsere feste Dichtfluchen Map. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ich glaube das berührt das könnte nachher noch ein nachteil werden glaubt mir das ding ist unzerstörbar das ist besser als jedes andere fahrzeug alter kurz davor gewesen noch gerettet das kann sie gar nicht beeinflussen da schaffst du es schaffst du es gleich was trägt wenn er schafft er will ich ein kind von ihm nein ich wundervoll auf einer skala von einem was für mich wie schlimm wird es wird zwei nein die vier du musst du musst hier nur gleich durch ein ganz dünnen ein ganz dünnes teil doppelt man drüber fahren ich bin da so ist das ist die das ist die man das ist die Du hast ja gesagt, du musst respawnen. Ich bin nicht schon respawnend. Oh! Große Lokomotiv, ey! Also ich will nicht sagen, ich will immer noch alles am 1st Try machen. Na ja, ich war im 2nd Try. Keine Ahnung, ich hoffe, ich zählen. Jetzt kommen wir die nächste Teil, Cody. Nein! Ich will die dro... Nein, nein! Ihr merkt schon, Freunde, mit der Frau kann man eine gute Nicht-Fuchen-Challenge machen. Ich glaube, das werden wir öfter machen. Vergiss es! Wieso? Das ist so witzig! Zwei... Wir wollen die... Wir wollen die nicht zu hart belasten, ne? Ich versuche nicht zu, wie du eigentlich kannst, mit einem Reifen zu fahren. Nein! Oh, ich bin zu weit die Glitte. Äh, warte ich nicht. Bombo war durch. Wobei, das ist ja eigentlich egal. Ich versuche mal so weit wie möglich zu gleiten. Nein! Mach das in irgendeinem 2. Runde. Nein, überdreht. Du schaffst noch die Kurve zu kriegen, und dann, dann, äh, kannst du ja die nächsten Punkte ansonsten. Momo? Ja? Wenn ich das jetzt schaffe, überhört es auch an welchen Kuss von dir? Ja, heute Abend. Nein! Ich bin vorab gesprungen, verdammt. Ich muss ja selber ja noch fahren. Jiiiipieieiei! Ich muss mal sagen, easy. Ja, jetzt zeig ich den Punkt. Verdammt! Nicht respawnen. Hätte ich mal gesagt respawnen. Ey, wie gesagt, was ist das denn hier? Ja, hier. Ganz sinnvoll. Ja, hier. Ich krieg den Schreikramm. Hڑä. Dieses Scheißteil ist so lavatisch! Kann ich meckern. Bist du mach mal einen Gleitmo? Autsch. Wo ich bin, ich bin schon fast wieder an den Einholpunkten. Was so? Nein! Verrückte Quellen, ach ja. Ich bin erster, was würdest du erwarten? Ich war doch nicht doof, Alter. Du doof. Nein, hier muss man springen. Ach, was bist du denn für... Eie, es hätte klappen können! Scheiße, Alter. Dieser Scheiß-Roller, ne? Das war geflucht. Definitiv geflucht. Diese schönen drehenden Dinger, ich krieg' nen Kotzkram. Ja, bist du nicht so wie Harry Gamer auf Burnout 5? Warum? Der ist richtig erfluchen, Freunde. Der ist so die Erfluche gewesen. Hier mal kurzer Ausschnitt, Freunde. So. Irgendwie haben wir was dagegen, wenn ich gleich mal Kontroller durchgegen... Äh... Nö, hab nix dagegen. Eigentlich Kontroller durchgegen, schmeiß auf. Ja. Nö. Das muss ich auch noch reparieren. Hast du halt zwei zum reparieren, ja und? Ich will doch einfach nur hier drüber... Ist das denn jetzt... Ist das denn jetzt so schwer, ey? Nein! Alter! Au! Hi Mo! Boah! Ich hätt' dich eh durchgelassen, komm! Ja, nee, ist klar, Alter. So, jetzt kommt ja kein Gegenfall mehr. Hallo, Frau Mo! Lass uns mal alle bei Frau Mo treffen. Nein! Ich bin doch schon... Ich bin doch schon längst wieder auf dem Rückweg. Nein! Guck mal, Frau Mo, das... Du musst dich einfach noch so herstellen, dann kurz warten und dann kannst du losfahren. Ja, ich versuch' mir grad irgendwie perfekt draufzukommen, aber nachher... Ja, Cody, ich bin wieder beim Leiten. Ja. Äh, versuch' mal so weit zu gleiten, wie möglich. Wer der... Möbel der weiteste Gleit gewinnen. Okay. Bitte. Bitte. Ich komm' in den Sex über die Challenge. Nein! Verfluchtes Kind, ey! Nein! Geflucht. Einmal mit dem Respond. Ich bin schon Respond. Cody? Ja. Ja. Ich bin geglitten. Weißt du, was passiert ist? Daneben? Bremss... Ne, Bremssprung. Oh. Commander? Ja. Darf mir Momo grad helfen? Kann er gerne machen. Nein! Wenn er es will. Karma, Wolf, Karma. Du musst er selber hängen. Komm schon. Komm! Komm, 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 komm! So, wir sind jetzt hier auch beim Gleit angekommen, Freunde. Jewe, 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 jewe. Gut, ich bin voll. Nein! Bist du noch am Gleiten, Mo? Ne, ich bin schon viel weiter, also, ich hab den Punkt eingesammelt und bin in Wasser geflogen. Neue. Ich hab den Punkt auch eingesammelt und bin in Wasser geflogen. Neue. Neue. Oh, so. Scheiße, ich bin einfach. Ich bin jetzt hier in Willi rüber. So, ich bin jetzt hier in Willi rüber. Ich bin jetzt hier in Willi rüber, also, guck, warte. Mo, kann gar nicht gucken, der ist nach Ramiya. Darf ich einmal fluchen, bitte? Also immer raus damit. Wenn Momo jetzt runterfliegt, dann fang ich an zu fluchen. Okay. Gut, also Freunde, wir sehen uns das nächste Mal bei einer Nicht-Fluchen-Challenge. Boah, das wird so richtig, Mann! Okay, Freunde, ich würde was sagen, film ab, bitte best of. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mo, wo wird sie hin? Also, bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao. Ja. Mann, aber die Scheiß-Drecks-Game, Alter. Ich bin nur mit den Scheiß-Fluchen hier einzusammeln. Und die Fluchen zu glüten. Wie gesagt, kann ich gerade auf die Amtzeit immer gehen. Mann, die Scheiß-Dinge, Alter. Was ist das... Äh, ey, ey, ey. Es ist ein sehr gut, ich fällen so laat Officer. Ich fäll sie in den Ecken, und er schwimme so. Komm mal an die Ecke, er fällte runter. Was ist so kak 1? Fair Avenue, das steht bestimmte G combatke, also zu Kassi knife. Bei uns zu viel die Ecke in meinen Erleerna drehen. Vielen Dank.